Wollt ihr eure Ehe miteinander in diesem Sinne führen? Wollt ihr stets aufeinander achten, offen und ehrlich miteinander umgehen und gut auf euch und eure Liebe aufpassen, in guten wie in stürmischen Zeiten? Wollt ihr eure Stärken und Schwächen gegenseitig akzeptieren, Achtung, Ehrlichkeit und Treue voreinander bewahren und Schwierigkeiten gemeinsam durchstehen? Wollt ihr euch gemeinsam freuen und miteinander laut und leise lachen? Wollt ihr euch einander immer anvertrauen? Alisa, wenn du dies willst, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Christian, wenn du dies willst, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und hiermit erkläre ich euch vor euren Familien und euren Herzensmenschen zu Ehemann und Ehefrau. Ja, ich will. Ja, ich will.